Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks, heute zusammen mit dem Drachensoldaten. Hallo. Stumm, schnell, zackig. So, Jagdtiger. Jagdtiger, zweimal Deutschland, Jagdtiger und E-75. Oh, warte mal. Na, ganz toll. Ich muss mal schnell noch was ändern. Weil. Na. So. Na, aber es ist schon ein WZ. Und eine Panzerschwadrone. Oder wie, nee, ein Panzerzug, oder? Heißt doch. Ein Plateau. Ein Plateau. Nee, Plateau. Aber nee, Zug ist doch ein... Nee, eigentlich heißt es ein Deutscher. Eigentlich ist Zug und Plateau müsste es das gleiche sein. Aber ein Plateau ist eben... Äh... Nein, mir fährt gerade der WZ einfach. Bin aufgeklärt. Wenn es nicht geht, lasse lieber meinen Schuss laufen, als dass du frisst. Das gibt's ja auch Leute, also... Uh, uh, unsere IS. Okay, unsere IS ist weg. Die hat gefressen. Ja, die hat sehr schnell. Das wein' ich. Ah, den seh ich, oder ich seh den... Ich stehe eigentlich sehr gut Hulldown. Oder Hulldown, oder? Ich hab blöderweise keinen sechsten Sinn, deswegen weiß nicht, ob ich aufgeklärt bin. Du hast natürlich da wesentlich... Da hat der Typ gefressen von dir. Hm? Oh. Drachen, also stimmt, der steht ja bei dir im... Im Flur. Ich komm mal drauf, eigentlich einen PC in den Flur zu stellen. Tretichturm. Da, äh... The Red... Äh, nee. Wir müssen uns eigentlich mal noch einen guten Namen überlegen. Oh, ja, hat der VK neben dir zerschlagen? 8 HP. Ja, das ist dann... Das ist so dieses... Lucky Day, oder? Den anderen. Ich nehm den E-Typ. Ich hab... Ich bin doch korrig, du nicht. Ich hab... Ich bin auch. Das ist ein Typ. Wir haben nur 500 gemacht... Äh, wir haben nur 400 gemacht. Und sind aber beide, äh, durchkommen. Sehr unwahrscheinlich. Da, da, da. Ja, du solltest vielleicht ein bisschen runterkommen, damit ich... Damit, äh... Na, okay, das war's. Obwohl... Die Runde war auch noch gut, also... Wir haben jetzt kein... Uns keinen Fehler zu schulden kommen lassen. Drachen, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Haha. Du hättest früher zurückfahren sollen. Wir... Hahaha. Besonders, weil er ja den meisten Arbeit gemacht hat. Ich hab sie nicht mal angekratzt. Die fliegen jetzt. Nein. So, das war's, also da hab ich jetzt nur noch ruhig schon, wenn der MZ-Rhein-Metaller vorne fährt. So, aber jetzt derjenige, der jetzt rausfährt, der kriegt jetzt noch von mir einen Schuss. Warte. 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 Da, der wär wahrscheinlich noch... Warte. Warte. So schnell kann's gehen. Obwohl, wir haben uns wager geschlagen. Warte. Warte. So, noch schnell mal die Liste uns durchschauen. Drei... Drei Verluste des Feindes. Und der, wo... Hey, der, wo so ganz laut rumgeschrien hat, also der, wo er dauernd getippt hat, win, 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 der ist gestorben von dir. Das ist oft so. So, die, wo am wenigsten machen, die schreien dann immer am größten rum. Ich habe an mehr Schaden gemacht, als ähm... Du... Du hast aber ein bisschen mehr Punkte bekommen. Ach. 1.300... Ich habe aber bei weniger Schützen mehr Schaden gemacht, als du. Hm. Hm. Aber du hast einen Kill mehr gemacht, also. Dann... Würde man sagen, machen wir gleich weiter, oder? Wichtig. Ich höre jetzt gar nicht auf mit der Aufnahme. Machen wir einmal quer durch. Hm. Also, ne, da ich zur Zeit sehr gerne Russen spiele... Würde ich jetzt gerade sagen... Scheiße, sieht der hässlich aus, aber... Meinetwegen. Heißt jetzt... Yes Time. Und ich brauche einen neuen Motor dafür. Besonders, weil der Alte ja keine Live-Verbesserung bringt. Den habe ich auch noch nicht erforscht. Also. Für Sie... Also, es wird... Etwas schwieriger... Die haben einen KV-2... Die... Ja. Es wird... Ja. Ich... Den kenn' ich sogar... Ey, den... Der wo... Ne, den siehst du gar nicht. Aber dieser Tiger-André kenn' ich gar nicht. Kenn' ich, glaub' ich. War ich ein... Prr... K... K... Lius? Nein, Tiger-André. Oder war das jemand anders? Also, eh... So einen kenn' ich jedenfalls. Ich fahr hoch Richtung Ich guck mal, ob ich hinterher kommen will Also wir spielen nach dem Deutschlandspiel am Mittwoch und gestern war Dienstag Ich hab mal kein Samstag Gestern war Dienstag Dienstagsfußballspiel Deutschland 7-1 Müssten wir es 7 mal deutscher fahren Bitte nicht Weil wir wollen ja noch was anderes Let's playen Es wird jetzt wieder mehr kommen Wahrscheinlich wird das auch die erste Folge sein, die rauskommt Gefolgt von anderen Spielen Far Cry, wo ich jetzt endlich mal durchmachen will Also Und T1 Hey, ey, das Also Die können sich auch nicht mal Einfach aufhören mit dem chatten Sondern Na Oh Na Ich seh grad gar keinen Warte, warte Den Schuss klau ich mir noch Voll geklaut Aber Junge Wenn man es machen kann Dann machen wir es eben Dass ich keine Gnade Mir hat man auch schon so oft Patzer weggeklaut Also Wo ich Wo ich gut geschossen hab Und danach Hat es jemand anderes geklaut Besonders du Hast ja auch schon einige von mir abgeschossen Das kommt, weil du irgendwie immer schneller bist als ich Sodass ich dann erst den zweiten Schuss Machen kann Oh oh Jetzt kann ich trotzdem mal deine Hilfe gebrochen Ich bin auf dem Weg Nein Verdammt Oh, das war eine schnelle Aufnahme, hab ich so das Gefühl Obwohl danach, würde ich aber auch sagen Warum ist Warum nimmst du auch ein KV Äh, V3 Wo ich denn will es überhaupt mit Das ist Die ES4 Habe ich jetzt so Äh, habe ich gesehen Bringt gar nichts Außer Damit stelle ich jetzt schon wieder eine These auf Und könnte dafür wahrscheinlich Wird wahrscheinlich wieder gesteinigt, aber Ja, das kommt Ich hatte den Den KV3 erforscht Als Der noch auf dem Ähm Zum I Also Wo erst KV3 kam Und danach kam der IS-Panzer Und so wollte ich eigentlich die IS-Reihe machen Ja, das ist ja schon Uhrzeiten her Also Ich kann mich noch in Ja, Landezeit hab ich Russen nicht gespielt Nein Ich kann mich noch erinnern Dass der letzte Äh, du meinst Die, äh, zu dem Zeitpunkt Als die Russen Die zu zweit KV Dann Nein, nein Du meinst diesen Du meinst Och, das war Das war ein siebener Patch Sieben Punkt Äh, vier Glaub ich Wo die zweite Russenlinie kam Kann sein Ich hab ja auch ein halbes Jahr nicht gespielt Äh, sieben Äh, sieben Punkt Vier War mit unter der ersten Patch Wo ich dabei war Das war im Mai 2012 Oder so Also Das war Ja, sonst Da hat man eigentlich Seit lang nichts mehr getan Das ist wirklich die letzte Dieser Umbau der Linie Und Nein, ich will jetzt zum Russen Und der T34 Die genalt den einfach ab Ja, und die hatte mir dann diesen Weil ich den schon freigeschaltet hatte Erst geholt Ja, aber ich Also die ES-Reihe ist wirklich Also Bin ich jetzt besser Du weißt ja, dass ich die AU grad mache Bin beim KV1S Ein Schuss und das Brett Ja, so geht's eben Der T34 könnte auch ein bisschen aggressiver vorgehen Also Also Ähm Oh, der Linke Max hat Er hat nicht bemerkt, dass sie unter Dass sie ja schon hinter Äh, also Ja Warum fährst du wieder da hin? Naja Naja Um einen Treffer zu erhalten Fahre ich deswegen fahre ich da hin Ja Wir können ausmachen Und können noch ein anderer Let's Play machen Warte mal Also Es kommt jetzt wieder regelmäßig was Hoff ich Doch, es müsste eigentlich regelmäßig was kommen Weil in letzter Zeit war ja totales Stillschweigen Außer von diesem einen Punkt nach den Ferien Bei uns Da hatte ich aber noch Videos Und hab die aber nicht mehr Verarbeiten können Und ich würde nicht rausfahren Ich, äh Und deswegen vertempfe ich mich hier ja auch So Und schießt trotzdem daneben Na Für mich der persönlich dreckigste Panzer, den es gibt in Jagdpanzer 4 Also wirklich Der Panzer ist der unnötigste, den es gibt So hat er wirklich auch gekämpft, aber Der ist so Schrott Der Tigerpanzer Okay, das war's Jetzt eigentlich noch tot So Ich bin am Leben geblieben Was war mit dir? Ja, ja Ja, das dürfte jetzt nicht so eine tolle Ausbeute geben Aber ich hab Ich hab nur 10 Punkte weniger als du Ich hab auch 700 Angriff Also 700 Wie heißt das Schaden mehr Schaden bist du ziemlich weit unten geblieben Ja Also Wir verabschieden uns Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Hmmm Tschüss 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 Tschüss